Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminkie für dich, denn heute möchte ich gerne ein Full Face Physicians Formula mit dir zusammen schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ein paar Produkte hatte ich tatsächlich schon in meiner ganz normalen Sammlung drin. Dann hatte ich die Physicians Formula Surprise Box mir bei Rossmann bestellt. Und, ähm, ich weiß nicht, habe ich mir auch noch neue Produkte gekauft? Weiß ich, ich glaube nicht. Nö, ich glaube nicht, das ist alles so normal jetzt in meiner Sammlung drin gewesen. Ähm, ein Primer habe ich jetzt so nicht. Ähm, ich habe mir einfach meine ganz normale Tagescreme heute Morgen drauf gemacht. Da verwende ich aktuell von Beauty Mates die Hyaluron Lift Cream. Das ist die hier für trockene Haut. Das ist eine 24 Stunden Intensivpflegecreme. Und, ähm, ja, ne, das ist einfach, die habe ich mir vor, ich glaube, zwei Stunden drauf gemacht. Natürlich ganz normal die Hautpflege drunter. Das finde ich auch super wichtig. Selbst wenn man einen Primer verwendet, dass man auch da drunter eine Hautpflege verwendet. Dann kommen wir jetzt nämlich schon zur Foundation. Da weiß ich gar nicht so genau, was ich verwenden möchte, denn ich habe verschiedene. Ich habe einmal in der Physicians Formula Surprise Box diese hier drin gehabt. Das ist die Mineral Wear Cushion Foundation. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Farbe Medium gegebenenfalls ein klein wenig zu dunkel sein könnte. Aber das werden wir gleich mal zusammen testen. Ähm, dann habe ich noch alternativ auch in dieser Box drin gehabt den Super BB Stick. Das ist dieser hier. Ähm, ja, der ist mit Lichtschutzfaktor 30, was eigentlich jetzt im Sommer ganz gut ist. Heute ist hier Schietwetter. Wir haben heute, also ich drehe ja solche Videos meistens ein bisschen vor, den 15.8. Und, ähm, es regnet in Strömen draus. Man hört es vielleicht auch, weil das Fenster auf ist. Aber in den letzten Tagen war es so heiß, es hat sich hier derbe aufgehitzt im Raum. Das heißt, das Fenster muss offen sein. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Farbe das ist. Da steht auch gar keine Farbe drauf. Läuft bei ihm. Okay, das wäre die Alternative. Und das Dritte, was ich hätte, ist hier von Physicians Formula die Nude Wear Foundation. Die habe ich auch schon länger, die habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Die ist mir minimal zu dunkel, glaube ich, aktuell. Aber wir gucken einfach mal. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall den Swatch-Test mal am Hals machen. Zuerst schüttel ich mal die Nude Wear Foundation. Die kommt hier mit so einem Pumpspender. So, dann gucke ich mir die mal an. Ich nehme mir nur so ein bisschen was raus, weil ich will sie ja erstmal nur swatchen. Die könnte fast schon farblich passen. Also, wie gesagt, die ist ein bisschen dunkel, ne? Man sieht es auch, ja, am Hals ist es richtig krass. Okay, alternativ schauen wir uns mal den Stick an. Der ist nicht unbedingt heller. Der ist ja richtig dunkel auch, ne? Oh mein Gott. Und dann swatche ich hier die Cushion Foundation. Ei, 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 ei. Das ist alles relativ dunkel. Aber ich glaube, am passendsten wäre jetzt tatsächlich meine ganz normale Nude Wear Foundation. Und die werde ich jetzt auch verwenden. Jetzt muss ich natürlich, weil ich hier so ein bisschen mich jetzt abgeschminkt habe, ein bisschen was von meiner Tagescreme, Schrägstrich meinem Primer-Ersatz nachlegen, weil ich jetzt ja quasi da einfach nichts mehr auf der Haut habe und ich da einfach wieder ein bisschen Pflege brauche. Supergeile Konsistenz übrigens, ne? Also das ist eine ganz, ganz tolle Tagescreme. So, dann nehme ich mir meine Mineral, nein, meine Nude Wear Foundation und gebe ich mir die direkt auf ein Schwämmchen. Ja, nehme ich hier so ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen. Das ist tatsächlich auch ein Original-Beauty-Blender. Und gebe mir das auf meine Haut, weil die ist echt ein bisschen dunkel. Übrigens nicht wundern, ich habe hier eine Lippe, einen Pickel. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Was ist mit Haarreifen hier? Das sollte man doch vielleicht mal aufsetzen, sonst habe ich nachher die Haare auch eingefärbt hier. Also die Farbe geht einigermaßen klar, muss ich sagen. Ich bin jetzt ja gerade wirklich maximal gebräunt. Vielbrauner werde ich auch im Sommer nicht mehr. Wenn die jetzt nicht passen würde, dann müsste ich auch so langsam mal überlegen, die auszusortieren. Weil dieses Jahr bin ich wirklich, ja, außergewöhnlich braun geworden, was ich gut finde. Weil ich viel draußen war. Viel im Garten. Viel mit Sammy draußen. Es ist eigentlich die Farbe Light von der Foundation her. Ja, weiß nicht. Nicht so ganz light, aber es geht klar. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt ganz schlimm aussehen, ne? Im Sommer ist es auf jeden Fall meinem Hautton entsprechend. Aber wenn man wirklich, also wenn ich die jetzt im Winter auftragen würde, wäre sie mir viel zu dunkel. Ja, komm, aber es geht klar. Also ich finde jetzt, dass die Foundation ganz gut aussieht, dass sie auch schon irgendwie passend ist, ne? Also doch, ja. Jetzt mit der aktuellen Hautsituation bei mir auf jeden Fall. Deckkraft ist wirklich leicht. Es ist eine Nude Wear Foundation. Das heißt wirklich sehr, sehr natürlich. Meine Unreinheiten scheinen noch durch. Meine Muttermale scheinen durch. Meine Sommersprossen scheinen durch. Was ich aber nicht schlimm finde. Sie gibt einen leichten Glow. Also sie lässt die Haut auch schön frisch aussehen. Und sie lässt sich wirklich toll ausblenden. Ich finde sogar, dass sie so einen leichten, ich weiß nicht, ne? Kupfer Glow nicht, aber so einen shiny Finish macht es auf jeden Fall. Und die gefällt mir wirklich gut. Also die habe ich auch schon in einem Make-up-Kit ganz normal von mir so drin gehabt. Da war sie mir aber ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich müsste sie theoretisch jetzt in mein Make-up-Kit packen. Genau. Und die finde ich echt super. So, jetzt möchte ich einen Concealer verwenden. Das ist halt der passende zu der Foundation, ne? Der Nude Wear Concealer. Das ist dieser hier. Und der müsste auch in der Farbe Light sein. Oh, super flüssig. Uiuiui. Ich nehme mal kurz hier mit dem Schwämmchen drüber. Das fließt mir an den Seiten so runter. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich nehme das auch direkt hier als Lidschatten-Base, ne? Weil ich habe keine Physicians-Formula-Lidschatten-Base mir rausgesucht. Witzig. Ich dachte, ich hätte den tatsächlich schon mal verwendet. Offensichtlich nicht. Aber ja, das ist jetzt unpraktisch. Weil der halt so flüssig ist und dann halt hier oben hochdrückt, fließt der halt ganz, ganz schnell weg. Da muss man super vorsichtig sein. Und die Deckkraft ist jetzt nicht so hoch. Deswegen gebe ich mir auch mehr Concealer als sonst auf. Er erinnert mich auch ein bisschen von der Deckkraft her an den Dr. Pierre Rico Luminexpert Concealer, den ich eine ganze Weile hatte und jetzt leider letztens aussortieren musste. Super leichte Deckkraft. Super, super angenehm. Super flüssig. Und einfach super. Also das könnte ein würdiger Nachfolger werden als Sommerconcealer für mich. Und wir haben Mitte August. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Man sieht jetzt nicht den ultra krassesten Effekt des Lebens. Aber es ist ein, ja, natürlicher und schöner Effekt. Also mir gefällt's. Wir pudern, wir pudern. Da habe ich kein klassisches Puder. Da habe ich in der, nicht letzten, sondern vorletzten Physicians Formula Box oder ich glaube in meinem Full Face, ich weiß es nicht, die Super BB Cream, nein, Super BB Powder Geschichte drin gehabt. Das ist dieses hier. Habe ich in der Farbe Light to Medium. Habe ich auch eine ganze Weile einfach als Puder verwendet. Da habe ich auch eine schöne Kuhle schon drin. Und du hast hier theoretisch, wie auch bei den ganzen anderen Physicians Formula Produkten, die so rund sind, hier noch ein Spiegelchen. Dann hast du hier so ein Lochvieh, wo du dann deinen Pinsel reinpacken kannst. Einfach für so Touch-Ups zwischendurch, sage ich mal. Nehme ich mir jetzt einfach mal so einen großen fluffigen Pinsel. Ja, da muss man halt aufpassen, weil das Kram hat halt jetzt auch noch Deckkraft. Und damit pudere ich jetzt einfach mal mein ganzes Gesicht ganz vorsichtig ab. Der Concealer und die Foundation wird dadurch ein bisschen gesettet. Und wie gesagt, aufpassen aufgrund der Deckkraft, weil ich will jetzt nicht noch mehr Deckkraft. Wobei, eigentlich ist die Foundation und der Concealer dezent von der Deckkraft. Dann könnte man das, wenn man möchte, noch ein bisschen mit aufbauen. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Doch, also das gefällt mir jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr vom Finish. Also farblich passt es gerade richtig gut. Und also alles so in Kombination zusammen. Und vom Hautbild her gefällt mir das. Das ist alles sehr zurückhaltend, aber trotzdem ist was da. Cool. Dann nehmen wir jetzt einen Bronzer. Das ist der Klassiker, ne? Butter Bronzer. Ich weiß gar nicht, in welcher Farbe der ist, weil ich habe noch die Version, wo keine Farbe drinsteht. Den trage ich mir jetzt mit demselben Pinsel auf, mit dem ich eben abgepudert habe. Der ist super leicht. Also der ist jetzt nicht zu intensiv von der Farbe her. Lässt sich dann dementsprechend auch schön aufbauen. Aber man bekommt damit kein fleckiges Ergebnis. Das finde ich einfach sehr angenehm. Man sieht ihn jetzt auch nicht so ultra intensiv, was ich aber auch nicht schlimm finde. Man sieht ihn jetzt heute mit der etwas passenden Foundation tatsächlich fast gar nicht. Gut, den Kokosduft, den nehme ich einfach jetzt in Kauf. Ich mag ja eigentlich nicht so gerne den Duft von Kokos, ne? Genau, aber das nehme ich halt jetzt in Kauf, weil es einfach ein super schönes Produkt ist. Ich habe übrigens mein Kamerasetting hier so ein bisschen umgestellt. Das heißt, ich bin auch ein bisschen weiter weg von der Kamera, weil ich versuchen wollte, den Hintergrund auch so ein bisschen heller hinzukriegen. Also ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du das jetzt irgendwie schöner findest. Ja, ich habe da gestern Abend echt zwei, drei Stunden gesessen hier und hier rumprobiert und gemacht und getan. Mir YouTube-Videos dazu angeguckt und bin am Ende zu diesem Ergebnis gekommen. Als nächstes möchte ich einen Blush verwenden. Der war jetzt in der aktuellen Physicians Formula Box und das ist halt der Nude Wear Blush. Der ist sehr, sehr pink, ne? Ich mag dieses Design mit diesen Schleifchen ja richtig, richtig gerne. Und der ist halt so ein kleines Büchlein. Hat hier verschiedene Farben, das Overspray schon beim Swatch und Flöten gegangen. Dann haben wir hier auch nochmal einen kleinen Spiegel und für Touch-Ups zwischendurch, wie auch immer, haben wir noch einen Pinsel hier mit dabei. Und ja, stopp, ne? Richtig schön. Gut, dann gucken wir mal, wie er denn dann auch auf dem Gesicht performt. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal einen etwas vorsichtigeren Blush-Pinsel, gehe jetzt mal durch alle Farben durch. Ja, das kloppe ich vorher erstmal ein bisschen ab und dann trage ich mir den hier auf. Den siehst du erstmal so im ersten Moment gar nicht. Ich gehe intensiver rein. Oh, der ist schon sehr, sehr kühl. Man sieht ihn kaum, ne? Schade. Ich habe was vergessen. Oh, ich äumel. Ach, das machen wir gleich hier noch nach dem Bluschen. Und zwar habe ich doch einen Bronzer-Topper. Naja, aber so spart man sich halt auch so ein bisschen den Highlighter, weil wir hier so ein bisschen durch dieses Kühle und durch diesen leichten Schimmer, der da mit drin ist, halt auch so ein bisschen einen Highlighter-Effekt bekommen. Ich persönlich trage Blush hauptsächlich hier auf, aber ich verblende den noch überall so ein bisschen mit hin, damit das Ganze halt auch so ein bisschen harmonischer aussieht. Weil wenn ich rot werde, werde ich tatsächlich auch meistens im ganzen Gesicht rot und nicht nur so punktuell. Und das ahmt man ja mit Blush auch ein bisschen nach, ne? Ja, da siehst du wirklich nicht so viel von. Das ist sehr, sehr Nudewear. Wie der Name schon sagt. Okay. Ist jetzt nicht mein Favorite Blush, ne? Aber gut. Ähm, ich möchte jetzt trotzdem gerne den Bronzer-Topper verwenden, der auch irgendwie, der ist als Bronzer bezeichnet. Ein Bronzer-Booster quasi. Das ist dieser hier. Ähm, jo, den finde ich hübsch. Airbrushing Bronzing Veil heißt das. Sanfter Bräuner mit Airbrush-Effekt. Okay, also ich trage mir den wirklich ganz, ganz vorsichtig auf. Ähm, hier auch wieder, ne? Spiegelchen, Pinselchen, Löcher, Viecher. Overspray war intensiver. Da drunter ist er jetzt halt schimmernd, aber nicht, ja, der ist halt stark pigmentiert. Ich habe ein bisschen Angst. Merkt man das? Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme dafür wirklich den Blush-Pinsel. Mach den hier vorher so ein bisschen am Handtuch sauber. Und, ähm, gebe das so ein bisschen als Bronzer-Topper drüber. Wow. Okay. Ich klopfe das hier so ein bisschen in die Pinselhaare ein, damit sich das Produkt ein bisschen besser verteilt. Geht es so mit so einer ganz leichten Hand nochmal da drüber, wo ich eben auch gebronzt habe. Ein bisschen Effekt sieht man aber jetzt nicht so intensiv, aber ich habe jetzt auch wirklich gerade sehr, sehr vorsichtig gearbeitet. Weil ich habe immer Angst, wenn das halt so dunkle Schimmerprodukte sind bei meiner hellen Haut, dass das Ganze zu intensiv danach herüberkommt. Also es macht schon einen Glow. Doch. Das sieht auch schön aus. Und das kann ich mir auch im Sommer wirklich vorstellen, weil im Sommer mag ich gerne diesen Bronzy-Glowy-Look. Ne? Aber intensiver als jetzt hier würde ich es auch tatsächlich gar nicht auftragen wollen, weil mir das dann zu intensiv werden würde. Glaube ich. Ne? So lasse ich das jetzt auch. Ja, doch. Also eigentlich mag ich den Butter-Bronzer solo sehr, sehr gerne. Aber wenn man das jetzt so sieht, vor allem wenn ich die passende Foundation-Farbe drauf habe, macht so ein Bronzer-Topper schon ein bisschen Sinn. Genau. Vor allem, weil ich keinen Highlighter hier habe. Jetzt widmen wir uns den Augenbrauen. Da habe ich auch allerhand Produkte da. Und zwar wirklich drei Produkte. Ich glaube, ich habe mir nie selber irgendwie ein Produkt davon geholt. Wobei vielleicht dieser Feather-Brow, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Genau. Die waren meistens halt in diesen Surprise-Boxen drin, weil ich finde die Produkte für Augenbrauen von Physicians Formula wirklich sehr, sehr anders. Das ist nicht so ein klassischer Augenbrauenstift. Also der einzige klassische, der hier drin wäre, wäre dieser hier. Oh, meine Augen jucken. Wir haben also drei verschiedene Produkte. Das ist einmal dieser hier, der Eye Booster. Da hast du auf der einen Seite einen ganz klassischen Stift und auf der anderen Seite so einen Highlighter. Den Highlighter werde ich jetzt eher nicht so verwenden. Das hier könnte von der Farbe her wo passen, ne? Aber es ist schon sehr grobmotorisch wahrscheinlich, damit zu arbeiten. Mal gucken. Vielleicht so als Base. Dann habe ich hier etwas. Da ist auch so ein Highlighter-Stift oben mit drin, den ich nicht verwenden werde. Das ist der Eye Booster Light Brown und das ist Feather Brow. Genau. Auf der anderen Seite musste man das rausdrehen. Wow. Das ist halt wirklich so ein, man sieht es wahrscheinlich auch, ne? Das wird hier in der ganzen Gegend so mehr oder weniger rumfliegen. Weil das halt so ein, das sind so ganz pudrige Feather Particles, die man halt zum Auffüllen nehmen könnte. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich hier noch Eye Booster 4 in 1 Brow Boosting Kit. Das ist dieses hier. Da habe ich hier so Bürstchen. Und hier habe ich so ein Gel, wo auch so ein paar Augenbrauen-Härchen mit drin sind. War das irgendwo mit drin? Weil 4 in 1? Keine Ahnung. Na ja, auf jeden Fall werde ich als erstes mal diesen Stift hier verwenden, um mir mal so ein bisschen die Augenbrauen nachzuziehen. Ich glaube, dass das die Farbe Medium ist. Übrigens fährt hier gerade der Eierwagen bei uns rum. Jeden Samstag fährt bei uns mittags der Eierwagen rum und bringt tatsächlich in der Siedlung noch Eier vorbei. Und was das Herz begehrt. Das ist total witzig. Ich glaube, der hat auch Mehl und sowas mit drin. Also zum Augenbrauen auffüllen, muss ich wirklich sagen, finde ich diesen Stift super einfach, super schnell. Und das sieht auch natürlich aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, zu dunkel von der Farbe her. Es passt schon, ne? Bei dem Stift muss man wahrscheinlich aber ein paar Mal häufiger anspitzen, weil der halt wirklich dick vorne dran ist, ne? Und wenn du den halt runtergerockt hast, dass du den ordentlich oft benutzt hast, dann ist der vorne nicht mehr so fein. Und dann kannst du halt nicht mehr präzise damit arbeiten. Das könnte dann schwierig werden. Würde sich dann auch entsprechend auf den Verbrauch auswirken. Jetzt habe ich die einfach mal so ein bisschen aufgefüllt. Theoretisch würde ich das jetzt so lassen. Deswegen werde ich jetzt auch auf diesen Feather Brow Stick verzichten. Und mir dann einfach diesen hier nehmen. Weil wenn ich die jetzt noch mehr mit Farbe füllen werde, wird mir das nicht gefallen. Ist halt auch leicht eingefärbt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man nicht ganz präzise definierte und gezupfte Augenbrauen hat, dass man da nicht außen drumherum so viel kommt. Weil ansonsten färbe ich mir hier oben meine Stirnhaare mit ein. Aber von diesen künstlichen Härchen, die da drin sein sollen, sehe ich jetzt auf dem Auge ehrlich gesagt nichts. Jetzt habe ich da so einen össeligen Fleck. Das ist auch nicht schön. Naja, so. So würde ich es jetzt einfach mal lassen, ne? Jo. Also Augenbrauenprodukte von Physicians Formula überzeugt mich eigentlich nur dieses hier. Ich glaube, die anderen beiden werden mich auch verlassen, weil ich greife da so ungern zu, ne? Ja. Und foundation-technisch werden mich die anderen natürlich auch verlassen, weil ich bin jetzt ja maximal gebräunt. Und wenn das hier als die hellste von den dreien... Ach, die anderen... Ich werde sie nochmal testen. Aber ich glaube, die werden mich eher verlassen. Ihr seid ja schon so nah dran. Dann bleibt ihr jetzt auch so nah dran. Und zwar verwenden wir jetzt eine Lidschattenpalette. Das ist diese hier. Das ist die Extreme Shimmer Shimmer Strips Eyeshadow & Liner Palette in der Farbe Copper Nude. Ja, & Liner, weiß ich echt nicht, was die damit meinen, ne? Ich hatte die schon mal. Ich habe die aussortiert. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt darf sie wieder verwendet werden, nicht versendet. Ein Spiegelchen haben wir hier witzigerweise nicht drin. In allen haben wir die drin, nur nicht hier, ne? Da, wo man es eigentlich echt bräuchte. Das sind nur Schimmertöne. Deswegen gehe ich jetzt einmal in das Puder rein, um meine Lider zu setten. Und ich gebe mir was von dem Butterbrowser in meine Lidfalte rein. Weil ich brauche immer irgendwas in der Lidfalte. Einfach so als Übergangsfarbe. Und wenn wir hier wirklich nur Nude-Töne, ach Quatsch, Schimmertöne drin haben, dann brauche ich das. Es dürfte jetzt ein relativ schneller, simpler, aber definitiv nicht langweiliger Look werden. Ich könnte mir natürlich dieses Blau, was sich hier drin befindet, einfach an die untere Wasserlinie geben. Und die ganzen Nude-Schimmertöne hier oben. Heute möchte ich gerne das Blau auf mein bewegliches Lid geben. Das heißt, ich gehe zuallererst mit einem Lidschattenpinsel in dieses unfassbar weiche Blau rein. Also holler die Waldfee. Und den gebe ich mir direkt hier auf mein Zentrum. Der ist krass. Der ist richtig krass, aber wunderschön. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Also ich bin jetzt einmal ordentlich reingegangen und einmal so ganz dezent. Und ich finde, dass es ebenmäßig aussieht. Es sieht nicht fleckig aus. Es sieht schön aus. Es ist ein tolles, strahlendes Aquamarinen-Blau. Und ja, für den Sommer, da darf es einfach ein bisschen strahlender, ein bisschen bunter sein. Mag ich das wirklich gerne. Doch. So, jetzt möchte ich mir gerne eigentlich am liebsten meine Lidfalt hier nochmal verblenden. Aber das machen wir nachher. Ich gebe mir jetzt noch weitere Töne mit hier drauf. Und zwar möchte ich gerne hier in die innere Seite, in mein inneres Drittel, diesen Ton hier geben. Das ist auch so ein schöner, schimmernder Champagnerton. Wobei, je nachdem wie das Licht drauf fällt, ist er auch gerne mal etwas güldener. Ich puste dann... Man soll es eigentlich nicht machen, ne? Aber wenn ich dann in den Ton reingegangen bin, puste ich noch einmal ganz vorsichtig den Pinsel an. Damit ich eben kein Fallout bekomme. Und dann gebe ich mir den Ton, wie flüssiges Gold ist dieser Ton, in mein inneres Drittel. Und ziehe den auch so ein bisschen mit in das Blau mit rein. Sehr, sehr schön finde ich den Ton. Der Ton ist wunderschön, aber dadurch, dass er so leicht gepresst ist, bekomme ich so ein bisschen Glitzer-Fallout. Das werde ich gleich wegmachen, das kriegen wir alles hin. Aber man kriegt es halt und man sollte es anmehren. Ich finde es übrigens beachtlich, dass der Concealer nicht creased. Das ist echt cool, oder? Eigentlich macht man selten so eine schimmernde Farbe nach außen. Ich werde es jetzt aber machen und dafür nehme ich mir die fast dunkelste Farbe davon. Das ist diese hier. Und die gebe ich hier einfach in meinen außen äußersten Augenwinkel. Passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber es macht so eine kleine Schattierung noch nach außen hin. Weil mir das jetzt alles natürlich hier oben so ein bisschen nicht verblendet genug ist, nehme ich mir wieder meinen Pinsel und meinen Bronzer und blende dann nochmal ein bisschen in der Lidfalte rum. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil hier das Blau sich auch noch mit in die Lidfalte integrieren will. Hätte man wahrscheinlich etwas präziser arbeiten müssen. Nicht so grobmotorisch, wie ich das gemacht habe. Weil irgendwie kriege ich dadurch jetzt so eine grünlich-bläuliche Lidfalte da. Naja, sieht etwas schmutzig aus, ne? Lässt sich jetzt auch irgendwie nicht noch weiter abschwächen. Damit müssen wir jetzt tatsächlich leben. Jetzt möchte ich gerne mein Augenbrauen-Highlight setzen und mein Innenwinkel-Highlight. Dann nehme ich auch wieder den gleichen Pinsel wie schon die ganze Zeit, den ich hier immer mal wieder am Handtuch sauber mache. Und gehe jetzt hier in den obersten Ton damit rein. Also es macht ein Inner-Corner-Highlight, aber jetzt nicht so mega intensiv. Es ist schöner, wenn man den so großflächiger aufträgt, wie jetzt unter der Augenbraue. Weil diese Schimmerpartikel halt irgendwie nicht so samtig dann sind tatsächlich, wie ich sie bräuchte für so ein Inner-Corner-Highlight. Aber es gibt einen dezenten, aber schönen Effekt. Dann nehme ich jetzt einen Pointbrush, den ich eben schon verwendet habe, um hier bei meinem Augenbrauen-Gedöns zu korrigieren. Und gehe dann hier unten in diesen allerdunkelsten Ton rein. Und den gebe ich mir vorsichtig an meinen unteren Wimpernkranz. Vorsichtig und ganz präzise, weil ansonsten habe ich da zu viel Glitzer oder zu viel Produkten. Das will ich nicht. Das soll halt so ganz dezent nur schattiert sein. Ich ziehe den auch mal so ein bisschen noch in die Lidfalte so rein. Dieses Auge sieht echt schlimm aus. Ich weiß nicht. Sehr matschig, ne? Sehr miteinander vermatschelt. Ja. Nun, so ist das halt. Das wäre es jetzt auch erstmal mit dieser Palette gewesen. Ich habe tatsächlich keinen Eyeliner. Man könnte jetzt... Die haben ja gesagt, Schimmer, hier, Lidschatten und Liner, ne? Theoretisch könntest du hier auch diesen... Weiß ich nicht. Soll man sich einen Schimmer-Eyeliner damit ziehen? Ich kann ja mal versuchen, meinen Wimpernkranz damit so ein bisschen zu verdichten. Siehe das aber etwas skeptisch. Dafür nehme ich mir jetzt hier einfach so einen abgeschreckten Eyeliner-Pinsel. Und versuche mir dann mit dem dunkelsten Schimmerton meinen Wimpernkranz einfach nur zu verdichten. Ich mache jetzt kein Wing oder so. Da kommt nicht so viel, ne? Also es verdichtet es ein bisschen. Ja, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker doch. Weil so intensiv ist die Pigmentierung jetzt nicht, dass man da groß was sehen würde, oder? Naja. Lassen wir es mal so stehen. Mascara. Mascara rettet alles meistens so ziemlich. Da habe ich jetzt die Organic Wear Mascara. Das ist diese hier. Die finde ich ganz schick, ne? Die war auch in der Box mit drin. Bei dieser Mascara habe ich aber immer das Problem, also ich hatte schon eine andere davon. Die war mir zu trocken. Hat so ein Gummibürstchen. Und das sieht auch wirklich super trocken aus. Das ist jetzt nicht irgendwie... Das ist... Also... Für mich nicht ganz so vertrauenserweckend. Weil das... Also... Wir gucken mal. Riecht übrigens angenehm. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Es ist traurig, oder? Ich finde es wirklich traurig. Also ihr wisst, was Mascaren normalerweise mit meinen Wimpern machen. Wawa Wum Lashes. Ich sehe hier nicht mal meine Wimpern. Also das ist wirklich traurig. Und ich habe gepatzt. Ich patze sonst nie. Und selbst wenn ich das Mascara vorlaut entferne, sieht das immer noch furchtbar aus, oder? Ja. Ich werde mir da auf jeden Fall gleich nochmal am Ende des Videos eine andere Mascara drüber geben. Einfach damit ihr sehen könnt, wie der Look überhaupt aussehen kann. Weil das geht ja gar nicht. Ich habe jetzt aber noch was ganz Intensives. Und zwar ein Lippenprodukt. Es ist rot. Ich finde, man darf es tragen. Das ist der Fight Free Radicals. The Healthy Lip. Liquid Lipstick. Viele schwärben davon. Ich komme mit der Textur nicht so ganz zurecht. Und Leute, der ist wirklich intensiv. Riecht so lala. Und den trage ich mir jetzt zu allererstem Mal auf. Ohne Lip Liner. Oh mein Gott. Achso, ich habe eben ein Päckchen bekommen. Das steht da so im Hintergrund. Also der Lippenstift oder dieser Healthy Lip Liquid Lipstick ist irgendwie ganz cool. Die Lippen backen noch ein bisschen aufeinander. Aber es ist so, so schwer, den aufzutragen. Das nächste Mal, wenn ich den auftrage, brauche ich auf jeden Fall einen Lip Liner. Gut, jetzt hier unten mit dem Pickelchen, was ich hier habe, wird es so oder so unförmig. Aber ich finde, dass es an und für sich schön aussieht. Also das ist mir ein bisschen zu trocken, weil ich mag das ja lieber, wenn ich das Ganze so ein bisschen... Ich brauche da ein Gloss oder sowas drüber. Aber das kann man ja alles noch machen. Ist ja nicht so, dass man das nicht darf. Schönes Lippenprodukt. Doch, aber ich mag nicht so gerne. Es ist so samtig. Es ist jetzt nicht so super trocken. Es ist samtig. Genau. Jetzt mache ich mir aber tatsächlich meine Lieblingsmascara, meine aktuelle vor allem Lieblingsmascara drüber. Das ist von It Cosmetics die Superhero Mascara. Warum sage ich eigentlich immer It Girl dazu? Weiß ich gar nicht. Das ist die Superhero Mascara. Denn so können wir das einfach nicht stehen lassen, finde ich. Das ist so traurig. Ja. Guckt euch mal den Vergleich an, wenn ich nur eine einzige Schicht von der It Cosmetics Superhero drüber gebe. Das ist intensiv, oder? Ja. Das würde ich dem Look auf jeden Fall doch mehr, oder? Ich mag diese Wimpern-Beschichte einfach so viel mehr. Also ich wollte jetzt auch einfach nur mal demonstrieren, wie es theoretisch aussehen könnte, wenn eine vernünftige Mascara mit in dem Look integriert gewesen wäre. Ebenfalls zu Demonstrationszwecken. Ihr mögt das ja ganz gerne, wenn ich einfach zum Ende des Videos mal dann die Haare aufmache. Dass man einfach sieht, wie das dann quasi im Gesamtbild aussehen würde. Das sieht schon schön aus. Also mir gefällt das sowieso, wenn ich so ein grünes Oberteil anhabe und dann so rote Lippen dazu. Ich finde, dann passt das auch mit diesem blauen Augenlook dazu, weil dieses Blau ist ja auch ein Bestandteil von Grün. Und dann habe ich noch die blonden Haare und irgendwie ist das alles dann doch ziemlich harmonisch, finde ich. Und Leute, das ist jetzt mein fertiger Look mit den Produkten von Physicians Formula. Ich würde sagen, das ist definitiv durchwachsen, aber es ist mal einen Blick wert, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich die Produkte anschaut. Etwas, was ich absolut empfehlen kann, ist natürlich der Klassiker Butter Bronzer, die Foundation. Den Concealer finde ich schön, wenn man es halt ein bisschen natürlicher mag. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen begeistert von diesem Augenbrauenstift, weil das einfach, ne, das passt halt sehr, sehr schön gerade. Ja, Puder kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die anderen Produkte so, hm, aber ja, doch, ne, das Gesamtbild stimmt auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle ich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.